Und damit herzlich willkommen bei DEMON CHILD! Also ich hab das Gefühl müssen... Mhm. Keine Ahnung, erstmal von... Irgendwo hin marschieren... Was mach ich denn überhaupt? E. Ich kann E drücken, WSAD. Das ist schön. Scheibe Toast. Happy. Haha, da ist Toast. Ja, das Kind gefüttert. Come out, come out. Was ist...? Was ist das für ein warte Spiel? Ach, oder... Kann ich mir da irgendwas hinstellen? Aaaaah! Ok, I got it. Got it, got it, got it. also so okay, ich hab das Brot das Brot über entscheidet über mein Überleben so, ich will gern ha ha, jetzt hab ich's so we have the jelly und the toast so, was I can't see you behind the bread hä ein also muss ich mich oh Gott, verstecken also, ein Toastbrot haben wir also er braucht oh, Erdnussbuttermarmelade boah, dieser Blick, der ist insane nein, hau ab möchtest du sich bewegen? was war das grad? okay okay einmal oh oh, der war knapp der war knapp ist es, ist es Angry Dad? oh, lol, haben wir schon abgeschafft ach ja, wir haben ja zwei Toast I can't see you behind the bread oh alter ist das das, oder ist es das Kind letztendlich? ne ist das das Kind? wollen wir noch jelly come out, come out wo ist er? da ist er also, ihr müsst nur noch zurück kommen nur noch zurückkommen äh ähm ach schmerzpillen ernsthaft? oh Gott da komm ich nicht hin äh wie folgt er im Gesicht also ich brauch diesmal kein Toastbrot ich brauch nur schmerzpillen 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 und marmelade das ist alles da weiß ich nie weiß wenn er seinen Kopf immer so hin und her bobbelt ob er es an runtergeschossen kommt mhm okay wir brauchen nur noch vier Schlaftabletten mother einmal oh, der war knapp der war knapp link hin schmerzpillen 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 jetzt schmerzpillen schmerzpillen was der hat ja gar keine Augen mehr also ich brauch von allen jetzt alter von allen jetzt sechs Stück oder was pretty match okay da haben wir schon mal zwei ja jetzt schaust du jetzt schaust du ich muss mich so hin bewegen so muss man da hin ja jetzt bewegt er sich extra schnell zwei zwei drei vier fünf so da hat man schon mal den jelly der kommt jetzt ganz schnell hoch wieder flupp macht er flupp flupp okay einmal zweimal dreimal viermal fünfmal okay wir haben dann fast das und dann brauchen wir noch peanut butter und sleepy pills ich muss halt das erstmal alles da hin platzieren dass ich das sicher wieder zurückbringen kann auf den teller da waren drei jetzt oder das waren drei vier 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 fünf ja, jetzt bewegt er sich wieder so schnell okay wir haben vier 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 Ja, 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 blub, mach blub, blub, bieb, bieb, das war jetzt blöd, das brauch ich, zwei hab ich jetzt davon, drei, vier, dann müsste ich nur das Toastbrot irgendwie, fünf, ich glaub noch mal einen, noch einen, der ist anstrengend, der Kollege, okay, das haben wir alles auf einen Haufen, das müssen wir alles nur noch auf den Teller kriegen, also so, ungefähr, Ja, das, das könnte klappen, das könnte klappen, das könnte sehr gut klappen, ja, das klappt sogar sehr, bis alles runterkommt, das ist gefährlich, Okay, das könnte jetzt klappen, Hey, ich mit dir, Ich will halt nicht übertreiben, nicht, dass ich das nochmal machen muss, Deswegen mach ich das Ganze vorsichtig, sehr vorsichtig, Irgendwie eines der bizarrsten Spiele, die ich in den letzten Monaten gespielt hab, Ich glaub, ich hab aber alles von der Rechts geholt, oder? Ich hoffe, dass es dann alles ist, Weg, Kommt jetzt wieder, Nee, jetzt kommt es von da, Ich hätte nur noch zweimal Jelly, Dann müsste ich es abgeschlossen haben, Oh, shit, Das war gefährlich, Das war sehr gefährlich, Dürfte gehen, Zack, zack, Ah, ich hab's geschafft, Perfekt, Hä? Willst du sagen, Okay, Das wird jetzt simpel, Das wird jetzt simpel, Loll, Das war's jetzt, Kommt da jetzt noch irgendwas, Wenn der Spielrad mir irgendwas jetzt sagen würde, Hey, Das war's, Aber dann lass ich es jetzt damit gut sein, Mit Demon Child, Wenn ich hier klick, Gibt es auch noch ein nettes Game, Ich wünsche einen schönen Tag, Man sieht's im nächsten Video wieder, Macht's gut, Das war's jetzt,